Halli, hallo, es ist Freitagabend, pünktlich, juhu, 20 Uhr, Fototalk-Time und ja, wer meinen Kanal zu irgendeinem anderen Zeitpunkt als freitags zwischen 20 und 21 Uhr abonniert hat oder so eine Dienstagsfolge gesehen hat und sich jetzt wundert, was ist das denn da überhaupt? Na, das ist eigentlich Fotomove, die Freitagssendung live mit Chat, mit einem Hauptthema, so und vor allen Dingen mit sehr gemütlichen und entspannten, sympathischen, wissenden, gut aussehenden Gästen und ja, wer daran Spaß hat, kommt auch einfach um 20 Uhr mal live dazu, ich kann das sehr empfehlen, im Moment bin ich in so einer Experimentierphase, die kann ich auch gleich nochmal denen im Chat erklären, die dann noch Klärungsbedarf haben, denn wenn diese Sendung vorbei ist, wird es danach immer noch eine gekürzte Version geben, in der nur das Hauptthema zu sehen ist. Also heute, Webseiten für Fotografen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Überschrift gewählt habe, aber ich glaube, es ist logisch, es geht um die Frage, braucht man als Fotografin oder Fotograf noch eine Webseite und wenn ja, wie erstellt man die etc. etc. und da möchte ich zumindest ein paar sehr grundlegende, das ist natürlich ein Thema für Tage, aber ein paar grundlegende Informationen geben und mit euch gemeinsam dann im Chat nachher klären, was es damit auf sich hat. So, da ich aber jetzt am Anfang immer noch den Chat begrüßen mag und wir können auch gerne noch ein bisschen plaudern und sind wir mal ehrlich, das interessiert natürlich jetzt die normalen Zuschauer, die einfach auf Webseite klicken, nicht so riesig. So, da gibt es eben noch die kürzere Form, die besteht eben quasi der Hauptteil, nur aus dem Teil, wo es um die Webseiten geht. So, wer jetzt hier gelandet ist, muss ein bisschen vorspulen, dann kommt ihr da natürlich auch hin und ihr seid ja alle nicht dumm, ihr wisst ja, wie Vorspulen funktioniert und vielleicht habt ihr ja tatsächlich auch ein bisschen Lust, noch mit zu schwufen am Anfang. So, mal aus dem Bauch heraus, also Schuld ist da keiner, eigentlich sollte heute eine Gästin mit mir hier sitzen, wir haben uns nur offensichtlich fürchterlich missverstanden, wie das schon mal vorkommt, also kein Blaming, sie kann da nichts für, ich glaube aber ich auch nicht, ich dachte, wir hätten uns für heute verabredet, sie dachte noch nicht so konkret und jetzt ist sie wohl woanders unterwegs, ist aber auch kein Problem, sie bleibt in der Nähe, wir hatten ein spannendes Thema mit ihr, das kann ich ja schon mal so vorankündigen, wenn wir es dann schaffen, dann wird es um Journalismus gehen und die Frage, wie man denn als Fotograf mit Schreibern, mit schreibenden Journalisten, aber das kann man ja auch jenseits der Presse machen, also wie man mit Autoren zusammenarbeitet, wie Bebilderung funktioniert, wie Text und Bilder sich ergänzen können und natürlich mit so einem leichten Seitenhieb, das kennt jeder, der schon mal bei der Presse gearbeitet hat, wie auch die Konkurrenz jetzt zwischen Schreibern und Fotografen so ist in so bildreichen Zeiten wie heute. So, jetzt schaue ich aber mal eben in den Chat rein, denn ich habe ja schon ganz früh, ich glaube gegen 7 Uhr, die Andrea da kurz aufblinken sehen, die eine ganze Reihe von niedlichen Hasen geschickt hat und heute mal nicht beim Stammtisch ist, sei herzlich willkommen, der Mike ist auch eben schon irgendwo eingetrudelt und da ist so ein kleines Männchen, das ich jetzt schon öfter gesehen habe, ist das was Besonderes, Mike? ist das ein Geist, für mich sieht das aus wie ein Geist, der eine Möhre hält, ich weiß nicht, was ihr da seht, ein Geist, der eine Möhre hält, das kann es ja irgendwie nicht sein, der Möhrengeist. Jürgen Stüber, schönen Gruß nach Köln, war gar nicht so weit entfernt, Peter Wützel, hallo zusammen, also ihr findet es auch und du hast schon eine fast perfekte Lösung, da bin ich gespannt, ich kann heute keine perfekten Lösungen anbieten, ich kann heute keine perfekten Lösungen anbieten, aber so ein bisschen ganz grundsätzlich sagen, wie überhaupt der Weg ist und entscheiden müsst ihr da letzten Endes. Im Übrigen auch jetzt mal an die YouTube-Geister, die ja hier immer rumspringen, ich nenne gleich auch ein paar Firmen, das ist hier nicht gesponsert, das ist nur kurz vorgestellt, ich habe nichts dagegen, wenn die Firmen da ihre Kassen aufmachen in meine Richtung, aber ich glaube, das werden sie nicht tun. So, der Jürgen, den hatten wir nach Köln, Peter hatten wir, der Jürgen Blickmann, du schnuffelige Hase, der Werner, Andrea, schwarz-weiß, Fotografie Kiel, dir auch einen ganz, ganz lieben Gruß, ihr grüßt euch da schon untereinander, Andi, schön, dass du da bist, freut mich natürlich riesig, Klaus Müller freut mich auch sehr, dass du überhaupt so regelmäßig dabei bist, einen wunderschönen guten Abend an den Ottmar, ist natürlich auch immer gern gesehen, hatte ich den Friedel Bieder, hat hier so schöne Sonnenscheinfotos, ich kann natürlich heute auch jeden verstehen, der sagt, okay, ausnahmsweise schaue ich mir Fotomove mal als Konserve am Wochenende an, weil ich kann endlich wieder in meinen Lieblingsbiergarten. Also, das wird jetzt den ganzen Sommer so sein, ist vielleicht auch ganz gut, dass es deswegen diese verkürzte Form dann am Wochenende gibt und für alle, die da beim letzten Mal war, ich werde jetzt mal versuchen, auch die langen Folgen online zu lassen, mal sehen, was dann passiert. So, ich glaube ja, das wird merkwürdig werden, zwei ähnliche Folgen nebeneinander, aber wer weiß, zumindest mal länger online lassen, also für alle, die da Sorgen hatten. Achso, dann haben verschiedene, Andrea war glaube ich die Erste, hat dann geschrieben, oh Gott, wie komme ich denn an diese Folge noch ran, weil ich habe euch ja versprochen, die lange Folge bleibt online, aber ist nicht mehr für jeden sichtbar und bin davon ausgegangen, aber es stimmt natürlich, ich habe das nie gesagt, dass ihr alle eine Mail vor der Sendung bekommt, in der es heißt, Fotomove startet gleich. Die bekommt aber nicht jeder, die bekommt man nur, wenn man auf dieses Glöckchen auch noch drückt. Deswegen sagen alle YouTuber, die sich auskennen und nicht so dumm sind wie ich, auch immer diesen komplizierten Satz, bitte abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke. So, hätte ich vielleicht die letzten Jahre tun sollen, denn die Glocke führt dazu, dass ihr auf jeden Fall eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich was hochlade, beziehungsweise wenn die Freitagsshow startet. In anderen Fällen, wenn ihr die Glocke nicht drückt, dann kann es eben sein, dass ihr eine Einladung bekommt, aber kann auch sein, dass ihr keine bekommt. So, und insofern, wer da jetzt auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen will, von euch, die jetzt lange dabei sind, ich will ja da jetzt niemanden belagern, dann drückt doch bitte noch auf die Glocke und dann sollten wir das doch hinbekommen. Der Mike macht es 100% richtig, der sitzt nämlich im Biergarten und schaut den Fototalk. So, haben wir es gern. Besser bayerisch kriege ich nicht hin. Weiß nicht, wo du im Biergarten sitzt. So, trotz Glocke keine Mail. Ja gut, dann bin ich raus, weil da gibt es seit Jahren, gibt es so unter YouTuber den Streit, das stellen viele fest, trotz Glocke gibt es mal keine Mail, aber YouTube behauptet seit Jahren steif und fest, wenn die Glocke gedrückt wird, gibt es auf jeden Fall eine Mail, die wird dann halt nur übersehen. Ich kann da jetzt wenig zu sagen, aber sagen wir mal, die Chancen auf eine Mail steigen auf den über 90%igen Bereich, wenn man das Glöckchen noch gedrückt hat. Im Menü alle auswählen, na ihr seid ja, ihr seid ja da jetzt die totalen Spezialisten. Okay, wieder mal ein Thema, in das ich mich einarbeiten muss. Nächste Woche werde ich auf jeden Fall auch einen Gast haben, den verrate ich jetzt noch nicht, den werde ich aber möglichst früh ankündigen. Ich glaube, das wird auch spannend, ist ein sehr engagierter Foto-YouTuber, den glaube ich viele von euch auch kennen und der tatsächlich, gebt mir mal eben eine Sekunde, ich will nämlich jetzt nicht wieder was Falsches sagen, auch das geschieht mir ja schon mal, der auf jeden Fall auch die Aktion 10 Fotos, 10 Tage, 10 Fotos mit zu verantworten hat. So, und mit dem will ich genau über diese wunderbare Aktion reden. Jetzt könnt ihr nämlich schon mal rätseln, wen ich meine. Könnt das googeln und könnt das vor allen Dingen auch gucken. Wie eine sehr schöne Aktion und ich glaube, das hat Potenzial, wenn der Kollege kommt. Da freue ich mich sehr drauf. Und der Tom Borkmann, den ihr ja auch kennt, der ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, euer Vertreter ist, wenn der hier ist. Tom ist ja kein Fotograf, der ist ja wirklich ausgesprochener Amateurfotograf, sogar mit so einer kleinen Technikvorliebe und der wird sicherlich auch jetzt im Laufe des Sommers nochmal vorbeischauen. So, das jetzt mal zur Ankündigungspolitik. Jetzt warten wir mal, was tatsächlich funktioniert oder nicht funktioniert. Ach, Andi, du bist du, dass du ein heller Kopf bist und alles schon kennst. Ja, genau. Der Michael Ziegern ist es und auf den freue ich mich besonders. Wir haben schon länger miteinander jetzt telefoniert. Der Olaf Munderloh, den ich auch ganz lieb grüßen will, wenn er jetzt vielleicht auch heute da ist. Mein YouTube-Kollege, der reizende, sympathische YouTuber, der war ja auch bei 10 Tage, 10 Fotos dabei. Und insofern reden wir da mal so ein bisschen über Vernetzung und über die Frage, wie es denn so, also ich habe ihm angeboten, darüber zu reden, wie es denn so um die Fotogemeinde bei YouTube steht. So, weil da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele kleinere Kanäle, die auch so ein bisschen vor sich hin wuseln. Und dann gibt es so mittlere Kanäle. Ich finde, das sind so gute Ankerpunkte, die man auch tatsächlich braucht. Und dann gibt es die Riesenkanäle mit Hunderttausenden. Das sind nur noch ganz wenige, muss man so sagen, die aber auch fast so unangefochten über allem schweben. Das ist so ein Thema, das finde ich mal spannend. Und ihr könnt vor allen Dingen gleich mal dazu sagen, was ihr denn so erwartet, welche unterschiedlichen Kanäle ihr geschaut. Das wird bestimmt auch ein ganz spannender Freitag nächste Woche. Der Herr Dilli, der will Leuten eins auf die Glocke geben. Ich will einen auf die Glocke, mein Lieber. Komm doch her, wenn du dich traust. Moin Harald, auch nach Hamburg. Ja, da oben in den Norden ist ja gut vertreten, auf jeden Fall. So, Kinos. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wenn ihr noch Fragen habt. Achso, ja, ich habe tatsächlich noch was. Seht ihr, am Anfang labere ich immer viel. So ein Viertelstündchen nehme ich mir dann da auch für. Es gab ja beim letzten Mal auch so ein bisschen Kritik. Ja, muss denn die Bildbesprechung da jetzt bei Instagram laufen? Kann man die nicht auch noch und hin und her und hier und hinten dran? Ich habe mir das natürlich, ich nehme mir, was ihr sagt, tatsächlich zu Herzen. So, ihr merkt, ich stelle ja auch manchmal Dinge um und ändere sie wieder, wenn es tatsächlich nicht so gut funktioniert. Bin ja auch noch ein Mensch. Aber das funktioniert tatsächlich gut. So. Und ich kann jetzt freitags dem auch nicht Konkurrenz machen. Und dass es bei Instagram läuft, ist ja auch folgerechtig, weil diejenigen, die ihre Bilder gerne zeigen möchten, sind ja logischerweise auch bei Instagram. Sonst könnten sie ja bei Instagram unter dem Hashtag FotoMoveJournal ja auch keine Bilder schicken. Tut das übrigens noch, wer jetzt noch was in der Schublade hat oder möchte, weil, ihr habt es jetzt gesehen, ihr habt es sonntags jetzt immer gemacht, die letzten Male. Ich glaube, ich bleibe jetzt auch erstmal dabei. Sonntagabend oder so wird es da eben auch wieder eine neue Folge von geben, der Bildbesprechung auf InstaTV oder IGTV, Instagram TV. Und das ist auf jeden Fall, das hat da schon vom Start weg deutlich mehr Zugriffe. Nicht unbedingt jetzt als meine Sendungen hier, doch auch. Also vom Start weg echt viele, die das anklicken, sehen und schauen. Und dann ja auch gezielt schauen. Also hier ist es ja so, dass ihr dabei seid wegen des Hauptthemas, wegen des Anfangs, weil ihr mich Casper irgendwie gerne rumkaspern seht, was auch immer eure Gründe sind, hier zu sein. Aber da ist ja diejenigen, die es anklicken und dann zumindest auch zwei Minuten gucken, worum es geht, die denken ja, okay, Bildbesprechung. So. Und die bleiben da dran. Und ich sag mal, da ist schon vom Start weg ein größerer, jetzt schon größerer Zuschauerkreis, als in diesen letzten zehn Minuten der Sendung, in der ich die Bilder immer nur so nochmal eben durchgeschaut und weg besprochen habe. Also insofern glaube ich, ich hoffe gut für mich, weil mir das Spaß macht, da auch auf Instagram nochmal ein bisschen Fuß zu fassen. Aber auch gut für euch, weil eure Bilder deutlich mehr wahrgenommen werden von Leuten, die auch Bock drauf haben. So, genau. Bilder taggen geht dann nämlich jetzt auch. Das taggen ja viele. Viele kommen ja während der Sendung oder kamen immer auf die Idee, ich lade noch was hoch. Das war dann aber nie zu sehen, weil ich ja schon vorher alles eingerichtet habe. Das geht natürlich jetzt. Ihr könnt das jetzt machen. So, Andrea ist zu blöd, das IGTV zu finden. Andrea, schreib mich mal bei Instagram an. Also wer da Probleme hat, ich musste mit dem Doc, ich weiß nicht, ob der schon da ist, beim letzten Mal auch ein Problem lösen. Der war mir nämlich in so einen Sperrfilter gerutscht. Das ließ sich dann aber klären, warum. Aber mit Andrea bin ich auf jeden Fall geedit. Dann solltest du das eigentlich anschauen können. Das sind im Moment in meiner normalen Timeline. Da braucht man keinen besonderen Ort gehen, sondern da, wo meine Fotos immer zu sehen sind. Der erste und der zweite. Der erste oder zweite Punkt. So. Der Ortmann schreibt, hier können wir mit diskutieren. Das könnt ihr da auch. Denn wie du vielleicht gemerkt hast, habe ich euch bei der Bildbesprechung, haben wir da eigentlich nie miteinander diskutiert. Ich habe das eigentlich immer vorgetragen. Und ihr untereinander könnt das natürlich auch unter dem Instagram-Video. Da könnt ihr ja genauso schreiben, wie ihr das hier auch kommt. Also bisher muss ich gestehen, nicht Axel, sag mal Andrea, wo Instagram-TV ist. Andrea, wenn ich das jetzt machen soll, das musst du dann jetzt schon übernehmen. Sei ein Gentleman, Andi, und führe Andrea zum leuchtenden IGTV-Himmel. Das wäre mir eine Freude, wenn du das übernehmen könntest. Sonst mache ich das im Laufe des Wochenendes. Andrea, wenn es Probleme gibt, schreib mir einfach. Und Ortmann schreibt, ja, nicht online, okay. Der Punkt geht an dich. Aber die Pro-Argumente sind trotzdem überwältigend. So, ihr Hasen. Jetzt werde ich wie immer den Wusch einblenden, der für mich als Schnittpunkt gilt. Ich habe es ja jetzt schon zigmal erklärt. Das funktioniert so einigermaßen. Und dann wird es so aussehen, als starten wir an eine neue Freitagsfolge. Und ja, ich bin ja selber wie immer sehr gespannt, ob das Thema bei euch auch ankommt. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Regel. Und wir schauen einfach mal weiter. Der Wusch. Moment, wo habe ich den Wusch? Habe ich alles hier? Habe ich hier alles richtig? Jetzt sollte es wuschen. Freunde, der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen, aber umso feineren Magazins Fotomove. Und heute soll es um ein ganz besonders spannendes Thema gehen. Nämlich, wenn ich meine ganzen Fotos oder was auch immer, ihr könnt auch andere Dinge tun, Bilder gemalt haben. Wenn ich das dann präsentieren will, wie tue ich das denn eigentlich? Und wir haben in vorangegangenen Folgen viel über Instagram gesprochen und über alle möglichen Social-Media-Möglichkeiten. Und das ist natürlich heute schon ein weit verbreiteter Weg. Aber was ist denn aus der klassischen Homepage geworden? So, die war ja über 20 Jahre irgendwie der Stein der Weisen. Gibt es das noch? Macht man das noch? Und wenn ja, vor allen Dingen, wie macht man das? Beziehungsweise, wie kann man sich daran trauen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und was sieht schick aus oder nicht schick aus? Was braucht man? Was braucht man nicht? Ich glaube nicht, dass ich umfassend alle Fragen klären kann, aber ich will mal so eine kleine Rund- und Zeitreise machen. Und dann schauen wir mal, was es so gibt. Und ich glaube, der ein oder andere Tipp ist auch dabei, der für euch hilfreich sein kann. Und da ich ja viele Experten im Chat mit dabei habe, werden die mich schon unterstützen, wenn ich hier irgendwie Blödsinn erzähle. Ich kenne die doch, die Hallungen. So, geblitzdingst habe ich euch, wird hier im Chat geschrieben. Mit dem Wusch begonnen. Ihr seid geblitzdingst, dann schalte ich das auch mal lieber ab, weil jetzt sollt ihr euch ja das alles merken können, worum es geht. So, jetzt bin ich ja, wie ihr wisst, ein ganz alter Sack. So, und ich bin ja die Generation, wie viele glaube ich jetzt hier auch im Chat, die so als Vollerwachsener, also so mit Mitte 20, sag ich mal, die Erfindung oder zumindest die Bereitstellung des World Wide Web miterlebt haben. Diesen ganzen Hype zwischen 95 und 2005 oder wann auch immer diese Blase da mal geplatzt ist, als alles plötzlich AOL, Netz, alle mussten drin sein und da wurde eine Menge Geld verdient und wir sind alle, was weiß ich. So, und was ganz früh mit dabei war, war der Wunsch, Mensch, so eine eigene Internetseite, ein Zuhause im Internet. Und da kann ich mal eine eigene Sendung zu machen. A, Entwicklung meiner Seite, falls ich das noch nicht getan habe, habe ich glaube ich auch schon mal getan, aber auch gruselige Seiten aus dieser Zeit. Und ja, jeder war im Netz und für jede Firma war es plötzlich das Ding. So, änderte sich so ein bisschen, jetzt nur mal Geschichte, nochmal so für die Jüngeren vielleicht, die das auch gar nicht kenne, änderte sich dann so ein bisschen, ich habe eben schon so eine Zahl genannt, so 2005, 2010 in dem Dreh, als dann immer mehr Webdienste auftauchten, die es vorher nicht so wirklich gut gab. Das ist ja so, Entstehungszeitraum legt mich nicht auf ein Jahr fest, aber von den großen Einkaufsplattformen, YouTube ist zu dem Dreh entstanden. So, und dann damals eben auch Communities wie MySpace, hier in Deutschland ja lange beliebt, StudiVZ, solche Dinge. So, das natürlich, ihr wisst, wie sich das entwickelt hat, heute ist es Facebook, Instagram etc. Handys, also Handys waren schon vorher erfunden, sondern Mobiltelefone, hier Smartphones ist das Wort, Smartphones waren erfunden. Blaber, die Blubber, ich brauche euch ja hier nicht die Welt erklären. Aber was gibt es heute noch quasi an Webseiten? Und ich mache so die Feststellung, dass Webseiten natürlich nicht mehr total im Trend sind. Das muss ich einfach sagen. Also ich glaube, jeder von euch kann auch ohne Webseite glücklich werden. So, jetzt einmal noch schnell auf den Abo-Button drücken, Glöckchen nicht vergessen und dann ist für alle schon alles gesagt, die damit jetzt glücklich sind. Ich wünsche euch einen schönen Abend im Biergarten. Wer jetzt aber trotzdem noch geblieben ist und denkt sich, ja, aber irgendwie, ach, so eine Präsenz, kann man da nicht total viel Geld mit verdienen oder ist das nicht der Schlüssel in die Professionalität oder sieht das nicht so super aus, was auch immer, habe ich eine gute und eine schlechte Neuigkeit. Die schlechte, mit der fängt man ja immer an, es ist tatsächlich so, ihr braucht nicht mehr unbedingt eine Webseite. Und geschäftlich würde ich sagen, dient sie, solange ihr jetzt nichts verkauft, das reißenden Absatz findet, und das ist jetzt im Bereich Fotografie eher selten, geschäftlich wirklich benötigt, um daraus Geld zu akquirieren. In unserem Bereich eher nicht. Da müsste man schon einen Webshop machen, wenn man Foto-Equipment verkauft. Aber darüber reden wir heute nicht, sondern wir reden halt über so ein Portfolio, über Seiten, wie wir unsere Fotos präsentieren können. So, und auch Fotos verkaufen kann man machen. Ich kenne keinen, selbst gute Fotografen, bei denen das wirklich nennenswertes Geld einbringt. Und dann finde ich es auch fast immer ein bisschen shady, wenn man so schöne Fotos zeigt, aber dann immer noch, hier, kannst du mit Rahmen für 15 Euro kaufen oder für was auch immer. Aber das ist meine persönliche Meinung. So, also das ist die negative Seite. Man braucht es nicht mehr unbedingt. Und damit die jetzt irgendwie Geld generieren, richtig aktuell, über die Zeiten sind wir hinweg. Das geht woanders besser. Aber die gute Nachricht ist, ja, ich finde schon, als so eine Basis, auf der man auch selber Kapitän ist, Captain Kirk, so, Captain Kirk in seinem Sessel, wollen wir das nicht alle sein? Und das sind wir, das wisst ihr, auf keiner anderen Plattform. So, es ist, auf allen Plattformen wird uns reingeredet, auf allen Plattformen werden Dinge gelöscht. Fängt schon an, wenn man vielleicht erotische Fotografie macht, das kann man schon gar nicht mehr überall zeigen. Aber auch sonst, wie kritische Kunst macht, das kann man nirgendwo zeigen. Auch die Bildgrößen, die Auflösung, wie es dann ausschaut. Auch da wird, Instagram ist ja ein gutes Beispiel daran, sehr beschnitten und getan. Also, wer seine Bilder wirklich so präsentieren will, dass sie ihm gefallen, der kommt mit Social Media nicht hin. Und dann gibt es den geschäftlichen Aspekt noch. Ich meine, auch ich möchte hier nicht so viel über Geschäft reden. Aber versteht jetzt Geschäft auch nicht unbedingt nur als Geldverdienen, sondern vielleicht auch im künstlerischen Sinne den Bekanntheitsgrad der Werke, die man tut, erhöhen. Also, die Werke, die man tut. Wie bin ich denn heute sprachlich drauf? Also, die Werke, die man der Welt vorstellen will, eben auch noch bekannter zu machen. Und auch das geht tatsächlich über eine Webseite, denke ich, immer noch mit am besten. Problem ist, dass Webseiten eben nicht so leicht zu erstellen sind, wie man denkt. Und das Mittel der Wahl über viele, 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 viele Jahre war Adobe's Dreamweaver. So, ich habe dann nur mal die Webseite aufgerufen, diese Verkaufswebseite. Und die sieht jetzt super schick aus, gar keine Frage. Einrichtung in wenigen Schritten wird da versprochen. Und alles ist easy. Webseiten, dynamisch optimierte Anzeigen auf jedem Gerät. Also, all das, was man sich heute wünscht. Und alles sieht super schick aus, super Grafiken. Ich will das mal einordnen. Dreamweaver ist letzten Endes, ja, eines der Programme gewesen, ursprünglich gar nicht von Adobe, sondern von Macromedia in den 90er Jahren, das HTML generieren konnte. Was hieß das? Also, im Prinzip eine einfache Webseite, bis heute kann man das machen, kann man schreiben. Das ist dieser Code, dieser sogenannte HTML-Code. Den habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Er flackerte da gerade auf der Webseite auch durch. Man kann das schreiben. Und, ja, puh, ich habe das nie gekonnt. Machen wir es mal so. Ich kann nicht programmieren. Jetzt ist das gar nicht so schwer mit dem Programmieren. Das ist jetzt keine echte Programmiersprache. Aber viele Zahlen, viele Buchstaben. Und so sahen auch die ersten Webseiten ehrlich gesagt aus. Und viele haben dann gesagt, okay, gibt es dann nicht eine Software? Oder dann wurde eben der Dreamweaver hergestellt. Und man hat halt What you see is what you get eine Seite gebaut. Ich schiebe da ein Foto hin. Und auf Knopfdruck hat er dann quasi im Hintergrund den entsprechenden Programmcode entwickelt. So habe ich tatsächlich etliche Jahre Webseiten erstellt. Aber die ersten Webseiten, jetzt ein kleiner Abriss, so über Frames konnte man da noch einiges machen. Dann kam aber auch CSS, also verschiedene Möglichkeiten im Hintergrund mit anderen Programmiersprachen, in Anführungsstrichen, noch die Seite auch jeweils anzupassen, farbliche Assets irgendwie herzustellen. All das war irgendwie möglich. Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, alles auch wirklich schick. Aber ich sage mal, so auf meinem Wissensstand kam ich spätestens vor 10 Jahren schon ins Schwitzen. Wenn mich Leute gefragt haben, kannst du da mal eine Webseite irgendwie erstellen. So, und man muss einfach sagen, bei den mittlerweile gewachsenen Ansprüchen und dem, was Menschen erwarten, werden, glaube ich, Webseiten mit Dreamweaver nur noch heute erstellt von wirklich großen, sehr, sehr teuren Agenturen für sehr, sehr große Kunden. Ich glaube, da gibt es nicht viel Spielraum. Also, wenn man eine wirkliche Dreamweaver programmierte Webseite heute nach einem Standard haben möchte, der irgendwie cool aussieht und all das kann, was wir heute so im Internet erwarten, dann braucht es ein Team von Leuten, die da arbeiten. Dann braucht es Grafiker und Designer und Fotografen, die die Inhalte erstellen. Dann braucht es aber mittlerweile eben auch Programmierer, also eine Zweispaltung, ein Kreativteam und ein Programmiererteam, die dann mit Hilfe von Dreamweaver solche Seiten bauen. Aber da reden wir jetzt von Hausnummern wie Deutsche Bank oder BMW oder was weiß ich, also wirklich große Firmen. Wenn ihr so eine Seite wollt, ihr könnt es selber versuchen. Dreamweaver kann man kaufen, gar nicht unbezahlbar. Ich glaube, der Preis stand da unten sogar irgendwo, 50 Euro oder so. Oder im Monat oder irgend so ein Angebot von Adobe, wie die halt immer so sind. Na, schon ein teuer. Dreamweaver, Einzelabo, 24 Euro im Monat. Okay. Und dann könnt ihr das ja mal versuchen. Ich habe es letztens tatsächlich noch versucht. Ging nicht. Punkt. Ich konnte das früher schön, aber immer nur schön. Alles, was man heute braucht, kann man vergessen. Ist ein eigener Beruf. So wie ich ja auch immer sage, Photoshop ist eigentlich für Fotografen, es ist ein Beruf, den man lernt. So, also sind viele Leute auf die Idee gekommen, okay, müssen wir irgendwas anderes machen. Und dann tauchte im Prinzip etwas am Horizont auf. Also hier sind wir noch bei Dreamweaver. Aber dann tauchte etwas am Horizont auf, das sich Content Management System nannte. Und ich glaube, ich will da gar nichts Falsches sagen, aber die Content Management, das gibt es heute auch alles noch. Also wer jetzt super programmieren kann, ich sehe hier gerade schon Tuscheln zwischen meinen Programmiererfreunden im Chat. So. Ihr könnt das vielleicht auch mit Dreamweaver. Aber ich kenne mich echt nicht schlecht aus. Ich könnte es nicht mehr. Und ein Neueinsteiger, lass die Finger davon. Das sage ich einfach so klar, wie es ist. Es ist ein unglaublich großes Tool. Und es gibt auch preiswertere oder Open Source Tools, wird aber nicht besser dadurch. Lasst die Finger vom Selberprogrammieren weg. Ihr habt vielleicht nachher den Entwicklerstolz, wenn es irgendwie funktioniert, aber es wird immer kacke aussehen. Sorry, dass ich das so sagen muss. So. Da es vielen so ging, nochmal, kam dann Typo 3 auch irgendwann ins Spiel. Und Content Management System sagt ja, dass die Denkweise da ursprünglich mal anders war. Da ging es also gar nicht so sehr darum, was super Schönes zu machen. Das war quasi so das Nebenprodukt, dass man irgendwie noch eine schöne Webseite hinbekam. Sondern Content Management Systeme wurden vor allen Dingen dazu entwickelt, dass verschiedene Menschen auch immer die Seite aktualisieren können. Denn das ist auch ein Problem bei so einer Dreamweaver Seite. Wenn man ein Foto austauschen will, muss man es von Hand wieder austauschen. Wenn man einen Text einfügen will, muss man ihn eben von Hand austauschen. So. Und Typo 3 ist so der Klassiker gewesen und bis heute der Klassiker für solche Redaktionssysteme. Das heißt, wo einfach Mitarbeiter bei Zeitungen zum Beispiel oder auch Fotografen Dinge irgendwo reinhacken können, Texte drücken auf den Knopf und dann sehen die hübsch aus und werden angezeigt. Das geht da voll automatisch. Ist aber so kompliziert, wie ich es jetzt erklärt habe. Muss man einfach sagen. So. Und natürlich ist auch Typo 3 mittlerweile ein bisschen hübscher geworden. Also ist, glaube ich, auch immer noch kostenlos. Also solche Programmiertools, das ist eine Welt für geizige Menschen. Da gibt es immer ganz viel umsonst. In diesem Bereich Programmieren und so kriegt man wirklich eine Menge Open Source und geschenkt und free. Und ja, man kann eben damit arbeiten, aber das muss auf dem Server eingerichtet werden und laufen. Also eine komplizierte Sache. Und jetzt ahnt ihr alle, was so der nächste Sprung ist. Es ist, naja, sagen wir mal, eine etwas andere und weiter verbreitete Version von Content Management System, nämlich WordPress. So. Und WordPress ist schon eher so eine Mischung aus Content Management und Webseiten Erstellungsprogramm. So. Auch da möchte ich aber ein bisschen warnen. Es geht auch nicht ohne Einarbeiten. Also WordPress hat auch heute viel mehr grafische Möglichkeiten. Da machen die ja auch Werbung mit. So. WordPress verkauft auch einige Dinge, wie schöne Templates. Templates ist Anglizismus für so Gestaltungsbausteine, also wie grundsätzlich Seiten aussehen. Es gibt da sehr schöne Vorlagen für Webseiten und manche sind sogar umsonst. Die werden dann aber auch viel benutzt. Manche kosten Geld, die werden dann weniger benutzt. Auch da kann man Programmierer beauftragen, eine eigene zu erstellen. Oder wie meine schlauen Zuschauer hier, macht das selber. Und dann ist man mit WordPress schon in einer großen Welt. Man kann WordPress auf dem WordPress-Server selber benutzen. Und in der kleinsten Version, schlagt mich jetzt bitte, wenn es nicht stimmt, das ist nämlich schwer herauszufinden, ist das auch immer noch gratis. Also einfach sich bei WordPress registrieren und einen WordPress-Blog irgendwie einrichten, das dann aussieht wie das Standard-Blog und man kann da auch noch ein bisschen was ändern. Das kostet auch einfach nichts. Nur das sieht auch dementsprechend aus und wir wollen ja eine Fotopräsentationsseite machen und nicht irgendwas. So. Und Werner schreibt, Typo 3 ist auch noch kostenlos. Genau, also immer die Grundversion. Also ich glaube, Typo 3 gibt es dann auch Zubehör, das man quasi kaufen kann. Aber das ist auch noch so. Also da sind wir jetzt mit WordPress und Typo 3 und da gibt es auch noch drei, vier andere, auch vielleicht noch ein paar mehr. Sind wir so einen Schritt weiter. Also erstmal ganz selber erstellen hatte ich zuerst. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Und Andrea, lese ich gerade, macht es bei WordPress sogar dann auf der Seite. Man kann WordPress zum Beispiel nämlich auch auf seinem eigenen Webspace installieren. Dann muss man sich aber auch komplett selber drum kümmern. Auch tricky. So. Und ich gehe davon aus, Andrea, du musstest dich da schon reinfuchsen. Also ich betreue im Moment ganz konkret eine WordPress-Seite. Und so easy-pop-easy ist das nicht. Ich habe es hingekriegt, so ein bisschen mit meinem Vorwissen und mit dem Einarbeiten. Dass ich die Gestaltung einmal so überändert habe. Das funktioniert. Das Schöne ist, das kann man auch im laufenden Betrieb machen mit etwas Vorsicht. Am besten schon eine Sicherungskopie anlegen. Ich kann jetzt eine Seite, die blauen Hintergrund hat, rote Schrift und was weiß ich, eine bestimmte Anordnung auf der Seite. Wenn ich ein neues Template nehme, dann bleibt der Inhalt der gleiche. Aber es verschiebt sich alles an die richtige Stelle, wenn es denn funktioniert. Aber es ist tatsächlich immer noch eine Menge Einarbeitung. Würde ich jetzt, auch wenn ihr mich jetzt schlagt, ehrlich gesagt auch niemandem empfehlen wollen. So, weil mich hat, ich bin auf das Thema gekommen, weil mich letzte Woche eine Freundin gefragt hat, ah, ich will eine Webseite und kennst du da einen Programmierer? Und da habe ich gesagt, ja, also so richtig der klassische Programmierer, das Geld hast du nicht. Dann koste ich die Webseite Minimum 25.000 Euro, wenn du zu einer Agentur gehst. So, also das, das willst du nicht. So, was du machen kannst, ist eben WordPress oder so, kannst dich da selber reinfuchsen. Da sagte die, im Gegensatz zu Andrea, um Himmels Willen, ich kann das nicht, ich bin da jetzt nicht so begabt. Da würde man jetzt vielleicht ja jemanden finden, vielleicht jemand von euch, der sagt, okay, in WordPress kenne ich mich aus oder so, dann kann dir da jetzt was zusammenstellen. Dann wird es aber schon ein bisschen schwierig, weil sie sagte, ich will da auch selber mal was ändern. Dann sagte ich, ja, das geht auch. Aber nochmal, es ist immer besser, wenn man so ein System verwendet und sich eben auch selber ein bisschen auskennt. So, kleiner Blick in den Chat, weil danach geht es quasi mit einem nächsten Abschnitt weiter. Genau, mein Thema schreibt der Norbert, das freut mich natürlich sehr. Ja, Norbert macht was mit IT. Willkommen im Club, schreibt der Jürgen. Ich sagte, ja, ich habe euch da gerade schon hin und her chatten sehen. Der Harald schreibt, er arbeitet bevorzugt mit WordPress. Also, ich arbeite auch damit und will es jetzt hier nicht schlecht machen. Also, das sei einfach mal am Rande gesagt. Ich will WordPress nicht schlecht machen. Das Ding läuft und wenn man einen guten Provider hat, läuft das auch, laufen die Updates auch automatisch zum Beispiel. Aber ich glaube, alles das, was ich jetzt schon sage, ist, glaube ich, für den durchschnittlichen Netznutzer, der jetzt neu eine Webseite erstellen will, der vielleicht ein paar Jahre jünger ist als wir, die das alles irgendwie erlebt haben beruflich. Ihr wisst das selber. Also, die Leute, die den An- und Ausschaltknopf nicht finden, die würden mit WordPress keine Seite erstellen können. Und nicht nur die, sondern die eh auch ein bisschen Hemmungen haben. Also, ihr seid WordPress-Fans, na dann ist das schon mal schön, dann habe ich das ja nicht vergessen. Ich habe meinen Blog bei Blogspot, Google und WordPress. Du findest einen Blog besser als eine Homepage, weil der interaktiver ist. Ha, ja, ja und nein, aber du schreibst ja auch, Andrea. Ja, du bist ja jetzt auch nicht in erster Linie, hast ja keine Fotoseite, die jetzt große Fotopräsentationen in den Mittelpunkt drückt, sondern du willst natürlich auch schnell schreiben können. Und das stimmt natürlich fürs Schreiben, inklusive mit so Wordcloud und, was weiß ich, am Rande noch Artikel nach Datum geordnet und so. Das kann WordPress natürlich ganz hervorragend. Geheimtet-Craft höre ich gerade, kenne ich nicht, Norbert. Liegt zwischen WordPress und Typo 3. Okay, gebe ich einfach mal so weiter. Craft habe ich jetzt aber nicht vorbereitet. Typo 3 ist noch kostenlos, da bin ich schon mal gut. Typo 3 ist ein schwerer Tanker, das stimmt. Ich glaube, wenn man sich da wirklich auskennt, alter Typo 3-Typ ist, kann man da alles mitmachen. Außer, was, alles außer Tiernahrung. Aber, das ist ein schwerer Tanker. Ja, auch da, ich habe auch eine WordPress-Seite länger betreut und bin da, sind wir mal ehrlich, auch ein Stück weit dran gescheitert. Weil ich wollte immer das Layout noch anpassen und bestimmte Fehler waren da drin. Und ich habe, da habe ich ja jetzt, ist so lange her, da habe ich offen bekennen, da war ein Fehler in der Seite, der doof aussah. Und ich habe noch nicht mal gefunden, also den Ort in der Programmierumgebung gefunden, an dem ich überhaupt eine Chance gehabt hätte, den zu ändern. Also es hätte ja sein können, dass ich da was finde und es dann ändere und es noch schlimmer aussieht als vorher. Also für Schlimmbessere oder es ganz lösche, mir irgendwas Schlimmes passiert. Nein, es war noch besser. Ich habe überhaupt nicht den Ort gefunden oder irgendeine Einstellmöglichkeit, die mir bot, das zu verändern, was ich da an Fehler sah. Ich musste dann mit dem Fehler leben. Aber das ist vielleicht auch einfach. Das bin eben auch ich dann in dem Fall. Die Erstellung für Total Kostet dann, das stimmt. Das ist natürlich, wer das möchte, dann muss man eben einen Programmierer bezahlen, das stimmt. Die meisten Anbieter machen Geld über den Support, das stimmt auch. Aber ich bin, Jürgen, ganz offen, schon immer noch in diesem ganzen Bereich der Programmierung, wenn man da ein bisschen näher schaut, immer noch überrascht, wie stark verbreitet doch der Open-Source-Gedanke auch noch ist und wie viel es dafür umsonst gibt. Ist natürlich nie so komfortabel, wie was gekauft ist, da komme ich ja jetzt logischerweise zu. Aber da bin ich jedes Mal erstaunt, was es da noch gibt. Gut, strikte Trennung von Inhalt und Design kann ich nur empfehlen. Norbert, finde ich nochmal einen extrem wichtigen Punkt, auf den ich gleich auch nochmal zu sprechen komme. Ich spreche es aber jetzt schon mal kurz an. Die Seiten, egal wie geil die sind, die man so sieht als Testseiten, sind natürlich auch deswegen geil, weil der Content geil ist. Und ihr seid natürlich jetzt nicht gemeint, aber wenn einer grottenschlechte Fotos macht oder üble Bilder malt oder Texte schreibt, die man nicht lesen kann, dann nutzt natürlich auch die schönste Gestaltung der Webseite nichts. So, also das ist was, worüber viele stolpern, das kenne ich auch aus dem Musikbereich. Man kann heute alles machen. Das Tonstudio hat der Rechner schon eingebaut, sogar mit Umsonstsoftware. Aber wenn ich kein Instrument spielen kann oder keine Ahnung von Takt oder irgendwas habe, dann kann ich mir da was zusammenstoppeln. Ich bin da auch selber vielleicht ganz zufrieden mit, aber da werde ich keinen Blumentopf mitgewinnen. Das ist eine wichtige Aussage, Norbert, die man einfach auch im Hinterkopf behalten muss. So, alles kostenlos wollen ist eben, geht der Satz noch weiter, ist eben schwierig. So, okay, dann schalten wir mal um und jetzt habe ich mal zwei große Anbieter rausgesucht. Und ich muss gestehen, dass ich die beiden im Moment auch empfehle, wenn ich gefragt werde. Jetzt springen mir die Webdesigner, die Anwesenden wahrscheinlich mit einem blanken Hintern mitten ins Gesicht. Aber diese Website-Erstellungstools sind schon sehr, sehr gut mittlerweile. So, die sind nämlich oft selbsterklärend, die bieten Service, die bieten Erweiterungsmöglichkeiten. Und also jedem, der im Moment ankommt und sagt, ich möchte eine Webseite, muss ich da Webspace kaufen, brauche ich einen Programmierer, muss ich das eine Agentur machen lassen, nöt, nöt, nöt. Und, also meistens sage ich, schaut euch doch mal diese Tools an. Und Wix, ich sage es jetzt extra so englisch, damit, ach, da muss ich noch irgendwas, das ist doch auch irre, dass man heute überall immer alles akzeptieren muss. Also muss man nicht, aber das ist ja nervend. Na gut, das sind im Prinzip ja Tools, die einem die Arbeit schon abnehmen und die sind auch tatsächlich relativ einfach zu bedienen. So, man wird Schritt für Schritt durch Handlungsabfolgen geführt, man hat bei Kaufoptionen, deswegen bezahlt man ja eigentlich eben auch einen guten Service. Je nachdem, was man bezahlt, wird der Service natürlich auch besser. Und am Ende des Tages beschränkt es sich eigentlich auf das Aussuchen von eben schönem Content. Da kann man sich dann nämlich drauf konzentrieren, man sucht seine schönen Fotos aus, man überlegt sich, was man eigentlich präsentieren will, man überlegt sich, was man eigentlich braucht. Und dann geht eigentlich alles von alleine. Vor allen Dingen, hier habe ich es mal eingeblendet, dieses mobilfreundlich. Das ist heute eben extrem wichtig und unterschätzt das nicht. Das habe ich zum Beispiel mit dem Dreamweaver nicht mehr hinbekommen, auch wenn der das natürlich kann. Aber ich habe es nicht hinbekommen, Seiten selber zu programmieren, dass die schön aussehen auf dem Rechner, auf einem Tablett oder auf einem Handy. Dann gibt es ja auch noch wieder unterschiedlich große Handys und das hat irgendwie nie richtig funktioniert. Eine Zeit lang, vielleicht noch als Randbemerkung, hat Adobe noch Muse geschrieben, gebaut. Das habe ich tatsächlich eine Zeit verwendet, habe mich da im Kopf und Kragen programmiert. Das sah dann auch irgendwann schön aus, weil das sehr intuitiv war. Aber letzten Endes bin auch ich dann nachher umgestiegen. Da komme ich zum Schluss drauf, weil meine jetzige Seite genauso gut und besser aussieht als bei Muse. Und ich habe vielleicht einen Nachmittag gebraucht, um die damals grundsätzlich zu erstellen. Und ungelogen, Muse, da habe ich mehrere Monate immer wieder Tage dran gesessen. Also, so. Insofern ohne Programmierkenntnisse wirklich Seiten bauen. Und ihr seht, das ist ganz hübsch. Auch da gibt es eben unterschiedliche Templates, die man benutzen kann. Und man hat eben auch, wenn man Geschäft noch machen will, hat man da eine Menge Möglichkeiten. So. Was mich bei dem Anbieter und auch bei dem, den ich danach vorstelle, wirklich stört, ist, dass es extrem schwer ist, auf der Webseite herauszufinden, was das Ganze denn kostet. Denn umsonst ist natürlich nur der Tod und die Steuer. Na, sagt man das so? Umsonst ist die Steuer? Nee. Na, egal. Umsonst ist nur der Tod, lassen wir es dabei. Und hier kann man nämlich starten, anfangen und Wix hat dann tatsächlich auch eine kostenlose Option. Die ist aber eben sehr eingeschränkt. So. Da kann man eben nur relativ wenig mit machen. Und ich habe echt lange jetzt hier suchen müssen, wo man denn mal die Kosten findet. Und jetzt exklusiv für euch, werfen wir einen Blick drauf. Irgendwann hatte ich sie. Ich glaube, ich würde die auch nicht nochmal finden. Wenn ich jetzt den Tab schließe, bin ich im Eimer. Mache ich aber nicht. So. Einfach mal nochmal keine Werbung. Wirklich jetzt keine Werbung. Nur, dass ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt. Und, ähm, so. Ihr könnt, äh, es umsonst benutzen. Äh, ganz, ganz preiswert oder in Anführungsstrichen preiswert, äh, ist dann Connect Domain. Äh, das heißt, man kann seine eigene Domain da mit der Seite verbinden. Und Domain, für die, die jetzt nicht wissen, was das ist, das ist das, was man immer oben eingibt. www.amazon.de ist die Domain. Äh, oder in meinem Fall www.axeljscherer.de ist die Domain. So. Und ich kann selber quasi sagen, was passiert, wenn ich da draufklicke. So, ob die im Nix landet oder ein Fehler anzeigt oder ob dann eine bestimmte Seite geöffnet wird. Und das kostet hier schon 5,12 Euro im Monat. Ähm, und, ähm, das ist aber auch schon gut, weil sonst hat man wahrscheinlich irgendeine Adresse, Wix, Schrägstrich 12345, Slash, was weiß ich nicht, und dann euer Name. Das sieht natürlich doof aus, wenn ihr also eine eigene Domain habt, ähm, dann könnt ihr die für 5,12 Euro verbinden. Das ist jetzt das kleinste Paket. Und dann geht's schon, Combo für den eigenen Bedarf. Da ist ja schon eine Menge bei, 2 Gigabyte, äh, was immer, 75 Dollar Werbegutscheine sind, 30 Videostunden, ist ja auch schon eine Menge, äh, aber das war's dann hier, glaube ich, auch schon. Ähm, und hier das, äh, Unlimited, 15 Euro im Monat. Naja, wenn man heute keine Webseite wirklich mehr braucht, ähm, dann ist das ja auch eventuell in Ordnung. Ähm, das heißt, äh, das war ja auch früher das ungefähr, was man für einen eigenen Domain-Webspace und so bezahlt hat. Äh, vielleicht sogar etwas weniger oder so viel hat man bezahlt, weil's gut war. Jimno lese ich da noch. Das stimmt. So, ich geh einfach nur mal auf den zweiten Anbieter, weil der euch ja immer um die Ohren fliegt im Moment bei YouTube. Vielleicht läuft der jetzt sogar bei mir als Werbung im Moment, obwohl ich die Werbung für heute Abend, äh, nur so unten eingeblendete Werbung eingeschaltet hab. Eigentlich solltet ihr nicht unterbrochen werden durch Videos, das mal am Rande. Aber Squarespace ist natürlich auch in Deutschland, äh, unterwegs. Und das ist so der internationale Spitzenreiter dieser Lösungen. Ähm, die sponsern ja auch relativ viele YouTuber, deswegen kriegen wir das so häufig angezeigt. Aber auch bei Squarespace, ich muss es so sagen, noch schwieriger zu finden, was die denn jetzt eigentlich kosten. Und ich drück jetzt nicht drauf, aber wenn ich auf direkt loslegen gehe, dann geht's direkt mit dem Seitenerstellen los, äh, und es steht irgendwas von kostenloser Zeitraum. Das heißt, es kostet immer was. Es gibt keine Umsonst-Version abgespeckt. Ähm, aber was ich schon sagen muss, wenn ich mir hier so die Design-Optionen anschaue, die Seiten, ähm, oah, da ist schon ein schicker Stoff dabei. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Also das, äh, da muss ich fast ein bisschen zurücknehmen, was ich eben, äh, ähm, eben gesagt hab, was den Content angeht, weil da wirkt selbst nicht ganz so schöner Content direkt hübscher, wenn er auf solchen Seiten präsentiert wird. Natürlich kann man auch Verkaufs-Blogs erstellen, äh, und übrigens auch bei Wix, genauso hier, gibt's auch speziell für Fotografen, äh, ähm, eine Sektion, aus der man eben Fotografen-Seiten auswählen kann. Die sehen dann schick aus auf dem Rechner, die sehen schick aus auf dem Handy, äh, die sehen einfach, äh, schicki, schicki aus, egal was man tut. So, äh, auch da gibt's natürlich ein großes Hilfescenter und, 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 und. Äh, äh, direkt loslegen, das wollen sie natürlich. Ähm, und, ja, das ist schick. Punkt. So, nochmal, auch, das klingt jetzt wie Werbung, ist aber gar keine Werbung. Bis ihr das programmiert hättet, wärt ihr entweder viel, viel Geld los, ähm, oder, ähm, ja, oder es sähe nicht so gut aus. So, trotzdem, muss man sagen, sind alle Templates schon so anpassbar, dass man auch was, etwas Individuelleres bekommt. Ist jetzt nicht so, dass alle dann die gleichen Seiten haben. So, auch hier habe ich nach langer, für euch natürlich nicht gescheuter Recherche, mal die Preise heraussuchen können. Auch hier muss man wieder Cookies annehmen, ja, ja, hab ich mal, habt ihr eine Idee, kann man nicht mal allgemein sagen, ich nehme jetzt alle Cookies an, ich nehme sie eh immer an. So, es nervt mich. Ich nehme noch eh alle Cookies an. Was soll ich denn machen, noch vor jedem, beim jedem Surfen immer noch fünf Minuten damit verbringen, die Einstellungen von Hand zu ändern? Was für ein Blödsinn. Na gut. So, und, ähm, da seht ihr die Price Range, wie man heute sagt, ist ähnlich, nur, dass es eben kein ganz gratis oder ganz, ganz billiges Angebot gibt. Auch das fängt so bei 11 Euro an, äh, am beliebtesten ist das Business-Paket, was immer das heißt. Ich finde aber das Persönliche schon gar nicht so übel. Äh, da gibt es nämlich eine benutzerdefinierte Domain. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine echte Domain ist, das gucke ich jetzt tatsächlich mal nach. Äh, äh, eine Domain, na, zeigst mal alle Webseitenabos mit Gewinnern, eine kostenlose Domain-Registrierung für ein Jahr. Na ja, vielleicht wird es ja danach dann was kosten, das kann ich nicht sagen. Es gibt natürlich nur verfügbare Domains. Also, wenn ihr noch keine habt und findet tatsächlich noch eine, die frei ist, das ist immer das größte Problem, dann habt ihr die da mit im Preis drin. Äh, Sicherheit gehe ich eigentlich immer von aus, äh, CEO-Funktionen, das ist alles heute Mindestmaß. Aber die Templates können genutzt werden, äh, ihr könnt sogar noch jemand anderen mitbearbeiten lassen, also einen zweiten Bearbeiter einsetzen, ist ja auch mal nicht schlecht. Okay, wenn man irgendwie Teamwork machen will, für ein Mobilgerät, das ist alles mit dabei. Und, äh, was dann da wegfällt, naja, sind eher tatsächlich so Firmendingen wie professionelle Firmen-E-Mail-Adresse, Premium-Integration und Blöcke, was immer das ist, äh, lückenlose Anpassung durch CSS und, äh, CSS und JavaScript. Ähm, also ich würde mal sagen, für so eine Fotografen-Website könnte sogar das persönlich kleine Paket reichen, legt mich nicht drauf fest, aber es ist natürlich, und das ist jetzt, äh, was Wix und was, äh, ähm, was, äh, Squarespace angeht, wieder ein Abo-Modell und da weiß ich ja, dass einige von euch da mal ganz grundsätzlich keine Abo-Modelle abschließen. Ähm, man muss in dem Fall vielleicht sagen, es ist ja keine Software, sondern ist natürlich ein organisches, äh, eine organische Darstellung in eurer Webseite, die natürlich im Hintergrund durch die Firmen auch an neue Gegebenheiten im Internet dann angepasst wird. Das heißt, es werden ja auch Funktionen hinzugeführt in Richtung Social. Wäre ja auch lustig, finde ich ja lustig in der Werbung. Da machen die aber auch keinen Scherz draus, glaube ich. Na gut, äh, in der kostenlosen Version, genau, das stimmt. In der Eros-Welt kommt das sicher gut an, da bin ich total sicher. Jimdo haben wir, glaube ich, eben schon genannt, Thorsten. Genau, ist auch noch so ein Type-3-Dingen, irgendwie. Ähm, wie war das mit der erotischen Aktfotografie? Ich wusste, dass ihr euch an dem Thema festfresst. Leute, haha, aber ich finde es ja auch lustig. Äh, der Stream hängt. Wieso hängt der Stream? Ah, Internetprobleme, aber er ist noch nicht weg, oder? Hier ist jetzt immer noch sehr gute Verbindung angezeigt. Mua, ho, 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 ho. Okay. Einmal in den Stream-Zustand. Übertragungsqualität ist gut. Dann wollen wir mal hoffen, dass er jetzt wieder Fahrt aufnimmt, denn aktuell ist der Übertragungs-Zustand wieder gut. So, bin wieder da, aber ein Teil fehlt, ein ganzer Teil fehlt. Hallalalala, Abo-Gebühren nicht bezahlt werden, aber genau. So, das ist die Zensur, die Abo-Falle, aber lustig ist das. Ja, ja, ja. Okay, wir sind aber schon ein Stündchen dabei. So, jetzt kommt aber mal ein abschließender Tipp, und den könnt ihr dann jetzt ja hoffentlich alle sehen. Freut mich ja sehr, dass ihr noch dabei geblieben seid. Und, dass ihr noch dabei geblieben seid, ich brauche ein freies Wochenende. Kinder, die Woche war hart. Ich sage das mal, ohne es jetzt aufzulösen, aber die Woche war echt hart. Ich brauche freies Wochenende mit Beine hoch und Badewanne. Kaltes Wasser im Übrigen. So, also, Squarespace, da muss ich mich mal wieder selber anzeigen. Squarespace ist eins, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der, ich glaube, für euch, noch mal ganz interessant ist, und das ist ein Dienst, der immer vergessen wird, das ist Adobe Portfolio. Ich mache mal ganz kurz den Chat weg, dann können das da oben einmal, nee, können doch gar nicht den Chat, können wir wieder anmachen, aber den Hashtag weg, da oben steht es. Adobe Portfolio. So, und Adobe Portfolio ist auch für so dumme Menschen wie ich, einfach zu bedienen, sieht schick aus. Schaut euch meine Webseite an, www.axeljogera.de, das ist mit Adobe Portfolio gemacht. Und, what the heck, was ist Adobe Portfolio? Ich finde, Adobe macht da gar nicht genug Werbung für, denn Adobe Portfolio ist auf jeden Fall Bestandteil der sogenannten Creative Suite, also wenn ihr da Vollmember seid und da, ich weiß gar nicht, was die im Moment kostet, 60 Ocken oder so auf den Tisch legt, ist sie auf jeden Fall mit dabei. Und funktioniert genau wie Wix und SwearSpace, aber eben sehr in Zusammenhang mit Fotografie. Und das Schöne daran ist, die komplette Fotoorganisation, die Organisation eurer Bilder, könnt ihr in Lightroom machen. Und ich sage jetzt bewusst Lightroom und nicht Lightroom Classic, das geht glaube ich auch, aber diese normale Lightroom Version, für die man sich immer fragt, wozu ist die gut? Die läuft super mit Adobe Portfolio zusammen. Die nutze ich auch nur dazu. Man kann da Sammlungen anlegen und Portfolio kann direkt aus den Sammlungen Webseiten erzeugen. Das heißt, was ihr bei mir so an Sammlungen und Seiten seht, auf denen Fotos sind, das kann ich komplett bearbeiten, organisieren, verschieben, machen, alles direkt in Lightroom. Und Portfolio greift darauf zu. Dazu gibt es auf der anderen Seite noch eine direkte Schnittstelle zu Behance. Behance ist nicht so super erfolgreich, aber ist quasi so ein eigenes Adobe Facebook Derivat, also so eine Community, aber eigentlich auch sehr nett, kann man auch dann gleich miteinander verknüpfen. So, und ihr kennt meine Seite, im einen gibt es vielleicht auch wenige, die schöner sind, aber ich finde meine Seite schon wirklich ganz ansprechend, kriegt da auch immer viel Lob für. Auch die, wo wir eben darüber sprachen, meine Domain, konnte ich damit auch relativ einfach verknüpfen. Und, ja, das ist eben mit dabei, wenn man Adobe abonniert hat. So, und ich glaube, jetzt schaue ich mal da, so, welche Cloud-Pläne enthalten das? So, und laut heutiger Recherche, das ist jetzt hier ein US-Dollar, das ist, glaube ich, hier im Moment ein bisschen teurer, selbst die kleine, das kleine Foto-Abo, das ich ja sehr mag. Arbeiten, einen Versuch gebe ich uns noch. Es kringelt wieder. Wir kriegen ja Rap noch zusammen. Ei, ei, ei. Jetzt bin ich aber wieder da. Ah, den Stream noch mal neu starten. Wieder da. Nein, nein, nein. Das ist, äh, ich, äh, ich glaube ja, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, äh, ich glaube ja tatsächlich, dass, äh, Vodafone mich hier in die Knie zwingen will. Habe ich schon mal gesagt. Die wollen, dass ich hier den Kabel, die Kabelanschlussverbindung kaufe und nicht mehr DSL nehme. DSL wird denen nämlich zu teuer, teuer, was die Wartung angeht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die DSL gar nicht mehr warten und ich deswegen immer Aussetzer drin habe. Aber das schauen wir. So, dann, ihr habt mich wieder und, äh, ich sehe es, ich komme nämlich ja auch auf die Seite. So, und hier mal ganz kurzer Blick darauf. Ich glaube, da kann man jetzt nicht viel sehen, was, äh, geheim ist. Aber die Seite wird im Prinzip, äh, dargestellt, wie, äh, wie ihr die auch seht, wenn ihr meine Webseite aufruft. Ähm, das ist so das, was ihr im rechten Bildteil seht. Ähm, ähm, aber ihr seht im linken, äh, Bildteil eben Bearbeitungsmöglichkeiten. Und, ähm, ihr seht, wenn ich über den rechten Bildteil gehe, erscheinen so blaue Bearbeitungsnöppels, sag ich mal, äh, auch über den einzelnen Elementen. So. Und ich kann die Seite aber auch ganz normal bedienen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel zu Projekte gehen. Und, äh, dann werden die Projekte aufgerufen. So. Und, äh, dann können die sehr einfach bearbeitet werden. Bei den Charts habe ich zum Beispiel im Text eingefügt gehabt. Habe ich, habe ich gehabt. Ah, lassen wir das mal heute mit dem komplizierten Deut. Das heißt, ich könnte, wenn ich wollte, hier in den Text reingehen und den auch einfach ändern und editieren, ähm, was ich jetzt nicht tun möchte. Ähm, aber es ist sehr, sehr intuitiv. So. Und was man eben sehen kann, also das sind die Seiten, äh, aus denen meine Seite besteht, ähm, was eben dazu gehört, natürlich Impressum und heute Datenschutzerklärung, aber eben auch die Fotoseiten und die Projektseiten. Äh, hier lässt sich halt global verschieben, wo das angezeigt wird. Das klingt jetzt kompliziert, wenn ich es erkläre. Ihr könnt es aber einfach ausprobieren, äh, und, äh, dann seht ihr, was passiert. Ihr ändert hier etwas und das geht. Und ihr seht hier, die Galerien, das spiegelt sich in meinem Lightroom eben als, äh, im, im Lightroom eben als, ähm, als Serie wieder, die ich dann eben auf, ähm, die ich, äh, auf Portfolio dann freigeben kann. also sehr gut integriert und, äh, äh, ich glaube, das ist natürlich, das ist jetzt sehr auf Fotografie ausgelegt, klar, aber das soll es ja auch, äh, und, ähm, da bin ich auf jeden Fall extrem zufrieden mit und ich glaube, das wird tatsächlich immer übersehen. Ich hoffe, mit diesem Geheimtipp, äh, konnte ich euch dann noch einen kleinen Schubs geben. So, Futsball, der Backbone hoppelt, ja, das, der hoppelt hier wahrscheinlich eh, das ist irgendwie, ich weiß sogar, wo der steht, der steht wahrscheinlich jetzt schon, das, äh, in Flammen. Der Nachbar hat das WLAN ausgemacht, hihihi, Werner, woher siehst du, hast du hier Kameras noch, außer meinen? Woher, woher weißt du das? Das kann doch, kann doch wohl nicht wahr sein. Andrea laufen die Tränen voll lachen, ja klar, wenn es mir hier an den Kragen geht, ich hier Probleme habe und schwitze, muss Andrea lachen. Ja, so, nein, zur Telekom wechsle ich jetzt auch nicht mehr, ihr Lieben. So, Abschluss, Abschluss, also es gibt tatsächlich eine ganze Bandbreite, ich halte eine Webseite heute immer noch für nicht unwichtig, aber eben nicht als Riesenverkaufsplattform, sondern als, naja, sagen wir mal, schicke Visitenkarte und, ähm, insofern würde ich sie jedem empfehlen, deswegen seid auch sparsam und schaut natürlich ein bisschen nach den Angeboten, bei diesen großen Plattformen muss man sicherlich nicht das teuerste Angebot nehmen, da reichen oft auch die preiswerten, billigen, äh, oder vielleicht wie bei Wix ja auch das Gratisangebot, so, wer ein bisschen Zeit hat und eh auch Vorbildungen, wird sicherlich auch mit WordPress klarkommen, aber, es braucht Zeit, so, nochmal, wer da zwei linke Hände hat, würde ich es tatsächlich auch nicht machen und selber programmieren wie früher, schließe ich einfach mal aus, ist ein Berufszweig mittlerweile, ja, kann man dann so schreiend bunte Seiten wie 1995 sicherlich locker mit hinbekommen, aber nichts mehr, was heute tatsächlich up to date ist und was dann auch noch vernünftig auf dem Handy oder sonst wo funktioniert, so, oder, und man schreibt, bleibt bei Instagram, also da nochmal der Hinweis, wer jetzt, um was hochladen möchte, sollte das noch bis morgen Abend tun, ich werde am, naja, vielleicht morgen Abend spät oder Sonntag, die Instagram Bildbesprechung drehen und sind aber jetzt schon eigentlich eine Menge, aber ihr schießt noch ein paar dazu, ich freue mich ja auf jeden Fall über jedes Bild und die ist dann eben auf Instagram frisch am Sonntag zu sehen. So, Mann, jetzt habe ich mich wieder warm gequasselt und jetzt ist gleich meine Stimme weg, nochmal war eine harte Woche, ich lege jetzt die Beine hoch, wer seinen Computer selber zusammenlötet, ja, das stimmt, der kann auch WordPress programmieren, aber das machen ja heute nicht mehr viele, also so Schrauber, ich komme ja aus dieser Computerschrauber-Generation, viele haben da einfach keinen Bock mehr drauf, kaufen sich lieber fertig und haben ihren Spaß und Garantie und das war es dann, ist einfach so. Bis auf Zocker, ich habe ja auch Zockerfreunde, die sind natürlich gerne noch am Schrauben, um das Letzte rauszuholen. So Kinder, jetzt aber, wir sehen uns auf jeden Fall kommenden Dienstag, Freitag, ich gucke jetzt mal, wie es geruckelt hat, aber da muss ich jetzt halt mit leben, so ist das beim Livestream. Macht euch auf jeden Fall eine unglaublich schöne Woche, ein schönes Wochenende, genießt tatsächlich mal die Biergärten, trinkt euch eins, trefft eure Freunde mal wieder, vergesst mal diesen ganzen Internet-Kram, über den wir immer reden, aber vergesst das Fotografieren nicht, aber haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Tschüss.